Hallo Leute, willkommen hier bei einer neuen Folge von DIGOMOBIL 2003. Wie versprochen geht es heute mit den DRI AGENTEN weiter. Ich habe mich nochmal ein wenig vorab informiert. Wir brauchen insgesamt Patermann dabei, um das... Obwohl, Moment. Ähm, kann ich noch, äh, ich glaube ich kann auch eins rausnehmen. Welches nehme ich raus? Nehme ich GEMON raus oder... Ähm, also insgesamt brauche ich ein Level, ein kombiniertes Level von, äh, was soll das, 45 bis 69 glaube ich. Für RENAMON war das und, äh, ich glaube 60 bis 80 für MONMON und KOTEMON. KOTEMON hatte ich in der letzten Folge vergessen zu nennen. WEMON holen wir da ganz am Schluss, wenn wir die drei 9 dann da haben, dann geht das einfacher, weil dafür brauche ich, ist das Maximal-Level. Ich darf nur ein DIGOMOBIL dabei haben und das Maximal-Level darf 29 sein, damit ich den DRI AGENTEN treffe und dann auch gegen Patermann. Und kämpfen kann später. Äh, ja, ähm, welches nehme ich jetzt raus? Wir müssen... Die DRI AGENTEN für MONMON und KOTEMON befinden sich in der Möbius-Wüste. Der für RENAMON, den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal getroffen. Da wäre Taumon im nördlichen Ödland. Ooooooh, ein Digimon finden wir dann auf der Duell-Insel und das andere bei Susaku City in dieser Untergrundhöhle. Damit ihr jetzt so einen groben Überblick habt. Hm, ich nehme... Ich nehme GILMAN raus, weil, guck mal, man das meiste Leben hat. Und ich glaube, Patermann hat ja noch sein Small Heel, dann halt der halt so lange, ist ja okay. So, dann gehen wir erstmal wegen dem DRI AGENTEN von RENAMON nochmal schauen, ob ich den schon mal angesprochen hatte. Aber ich glaube, eigentlich ja. Und dann wird das jetzt so eine, so ein, äh, äh, weiß ich, drei, vier Folgen vielleicht so eine kleine Spezialheit. Kleine Intermission, bevor wir nach Bayou City wieder zurückgehen. Wir begründen es einfach damit, Lisa braucht ja auch ihre Zeit, um da hinzukommen. Aber nein, sie geht ja einfach aus dem Raum und es ist, äh, Schwopp, Fingerschnippen, aber war mal da. Ne? Logisch. So, hallo. Ich suche die DNA von RENAMON. Kannst du mir helfen? Dann gebe ich dir RENAMON als Partner. So, okay. Also, den haben wir jetzt angesprochen. Dann brauchen wir jetzt, ähm, Möbiuswüste. Ähm, Technik war falsch, das ist alte Gewohnheit. Status ist auch falsch. Ich will es auch nur sortieren, damit ich gucke mal, ob man an erster Stelle steht. So. So, jetzt kommen wir zurück in die Möbiuswüste. Ich habe leider keine Ahnung jetzt, wo die in der Möbiuswüste stecken. Ich werde einfach ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, einer war, wenn man direkt das erste Mal reinkommt. Direkt auf die ersten Karte. Wo der andere war, weiß ich nicht. Vielleicht stehen sie auch beide gleich. Das wäre praktisch. Schauen wir mal. Äh. Aber ich denke mal, Kumamon, an meiner Seite bin ich gut bedient. Achso, apropos. Guck mal, man. Richtig. Ich habe ja, wir haben ja in der letzten Folge auch die Digitation herausgetauscht. Döp-döp-döp-döp. Äh, Digitation ändern. Döp-döp-döp-döp. Äh, Marsmon. Klammst Digitation an. So. Fertig. Wollen ja auch ein bisschen was haben, ne? Ich will das Marsmon leveln. Auch wenn es jetzt hier nicht mehr so viele Erfahrungspunkte gibt. Also es gibt schon noch Erfahrungspunkte, aber nicht mehr so viel, dass ich damit auskomme. Dass es reicht. Wir holen uns Kunde. Man, 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 man. Oh, ja. Dam, 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 dam. Dau. Dam, 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 da. Ddel, dam, da. Dam, 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 da. Dau. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich Kodemonemonemon auch auflevel. Sagt das einfach, sagt mir einfach Bescheid in den Kommentaren. Dann könnte ich das einplanen, dass ich das dann aufstream mache. Das sollte, denke ich, kein Problem sein. Wird ein bisschen dauern, aber... Jo. Wo laufe ich... Wo, wo... Ja. Vor allem, wo laufe ich hin, ne? Ich meine, wo schwimme ich hin? Oder wo u-boote ich hin? Was? Da, 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 da. Da. Schade. Schade Schokolade. Zeig uns mal ein Hemorush. so nördlich ist irland jetzt weiß ich allerdings nicht ob es ost oder west war das ist natürlich doof jetzt guck mal einfach mal so groß ist das ja nicht tschüss Ogrimmon ach schön wenn man alles one hittet ist doch schön angenehm dann hier durch zu kommen so taumon bist du da dann müsste es ötlernfest gewesen sein also irgendwo hier dann wahrscheinlich da unten andere seite hallo taumon wer stört mich bei meinem training hey taumon tu mir mal eingefallen gibst du mir die renamon ddna aus deiner ddna ja aber nicht so einfach aber nicht einfach so mal sehen ob du qualifiziert bist tschuldigung oh wow sieht ja doch ein bisschen mehr aus als ich dachte tschuldigung dafür dass ich halt schon auf level 40 bin habe ich gedacht das wird nichts aushalten tschuldigung 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 Ich hab eigentlich immer Kumamon und Gilmon im Team gehabt und dann, ja, Agamon oder Patamon. Praktisch so wie jetzt halt. Nur ich hab irgendwie ein bisschen Lust bekommen, mal so Grand-Kuragamon vielleicht zu kriegen. Ah, halt irgendwas cooles auch. Ähm, ja, falsche Richtung. Äh, entschuldigt, dass man vielleicht eventuell den Stuhl gehört hat. Aber ich muss mir mal eben die Beine auf den Stuhl legen, damit ich jetzt liegen kann. Oh, 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 liegen. Wunderbar. Oh, 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 oh. Ob es auf Level 5 schon was lern? Äh. Gut. So, Lärmwüste. Jetzt sind wir in der südlichen Lärmwüste. Und dann kommt die Möbiuswüste. Und dann sollte da eigentlich schon der nächste Drehagent sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom früheren Spiel in Heid. Äh, oder auch nicht. Doch, da. Wo sie es doch. Hallo, ich bin Drieken. Hab den schwarzen Gürtel. Ich bin Sportforscher. Ich bin erst seit zwei Jahren Forscher. Äh, okay. 56. Wieso kann ich nicht... Wieso gibst du mir nicht die DNA, die ich möchte? Wieso fragst du mich nicht danach? Ich bin verwirrt. Das ist jetzt, äh, doof. Okay. Äh, ich geh einfach mal weiter und guck mal, ob da noch irgendwo einer ist. Rumlungert eventuell. Hallo? Irgendwo. Vielleicht. Der andere müsste auch irgendwo sein. Ich hab allerdings keine Ahnung, wo. Das ist blöd. Ich laufe einfach mal so ein bisschen hin und her. Gucken. Da ist er ja. Hi. Ich bin Yuji vom Drie. Grüße dich. Oh, Gummon ist dein Partner. Du hast's gut. Ich hätte's auch gern. Ich hab's auch gern. I'm confused. What is wrong with this world? Gehen wir mal erst mal kurz nach Biaco City. Da hab ich ja ein Labor. Kann mal kurz die Diener pauschen, falls da irgendwas nicht stimmen sollte. Ich hab grad keine Ahnung, woran es stimmt. Südliche Lärmwüste. Aber komisch. So wollten die nicht, dass ich denen helfe. Warum nicht? Das ist gemein. Ach Gott, das kotzt mich grad so richtig an. Habe ich hier irgendwas? Dadurch, dass ich mir die nie geholt habe, muss ich jetzt echt überlegen, woran es liegt. Oder ich muss gleich nochmal nachschauen. Im Internet. Eventuell hab ich irgendeinen Satz überlesen. Oder ich hab die Level Caps falsch in Erinnerung gehabt. Das könnte natürlich auch sein. Sowas passiert mir häufiger. Dass ich irgendwelche Dabbing-Sachen vergesse. Mach's jetzt einfach so. Ähm. Hier. Oder? Ne. Doch da. Hatt ich doch recht. Ich geb jetzt Patamon auch noch ab, damit ich nur Kumamon habe. Äh. Nein. Aber ich glaub, das ist zu wenig. Äh. Absonsten müsste ich Patamon noch ein bisschen trainieren. Um eine bessere Zahl zu bekommen. Eine bessere Gesamtzahl. Aber gut, mit einem Digimon komm ich ja auch aus. So ist es nicht. So ist es ja nicht. Deswegen wollte ich es ja jetzt erst gerne machen. Weil dann hab ich nämlich keine Probleme, wenn ich hier nur mit einem Digimon rumlaufe. Wenn ich sie alle one-hitte. Das ist angenehm. So. Magst du jetzt vielleicht mit mir reden? Hallo? Wo bist du da? Nein? Der andere vielleicht? Ihr verwirrt mich. Wisst ihr das? Der andere scheint irgendwo bei der Bushaltestelle, oder? Wo ist denn die gewesen? Kamen die jetzt? Oder noch eins weiter runter? Ne, ich glaub, die kamen jetzt. Ja, aber das ist nicht die Bushaltestelle, oder? Der ist da weg. Ich geh einfach nochmal ein Stück weiter. Also noch eine Karte dann. Die nächste Bushaltestelle. Das wiederholt sich, ja. Ähm, ja. Ihr merkt also, es ist ein bisschen tricky, die anderen Partner zu bekommen. Man kann sie kriegen, aber es ist ein bisschen tricky. Man kann sie natürlich auch schon früher holen. Ich bevorzuge, es aber erst ein bisschen später zu machen. Wenn ich stärker bin, wenn ich stärker bin, einfach. Ne, der steht hier tatsächlich nicht. Komisch. Gut, dann gehen wir jetzt nach Bayou, äh, Bayou City. Bayou City, ja super. Und, ja, wir haben jetzt 49. Hm. Ich würd sagen, ich stocke nochmal meine Reserven auf. Wird das heute leider eine etwas kürzere Folge, als gedacht. Weil, das war jetzt doch etwas enttäuschend. Ich war eigentlich so motiviert jetzt. Pfff. Pfff. Oh no, es lebt ja noch. Was soll denn das? Ich frage mich, woran es liegt. Einzige Bedingung ist ja eigentlich immer nur das Level Cap. Das, das, das kombinierte Gesamtlevel. Hm. Hm. Äh, Wizardmon. Zu dir wollte ich erst mal. Ich denke, ich müsste ein paar Items kaufen. Ähm. Ja, ein paar. Ein paar. Davon hab ich genug. Verkaufen wir mal noch ein paar. Dann, ne Lähmung. Leiden. Ein paar Videobelebungsdiscs. Davon auch noch ein paar. Man weiß ja nie, was sein wird. Na, hab ich recht. Ich hab recht. Natürlich hab ich recht. Kurz heilen. Und jetzt fiel mir noch ein, dass wir ja vor zwei Folgen, oder. Ja, da vor zwei Folgen, glaub ich. Noch einen Boost-Chip ja bekommen haben. In Warp-Party, ne. Und den könnten wir eigentlich auch mal eben. Geschwindigkeit, zum Beispiel. Ach, schön. Tja. Aber ich hab die beiden ja noch nicht. Äh, falsch. Zwei Digitationen fehlen ja noch. Gute Frage, nächste Frage. Ich hab keine Ahnung. Warte, ich probier's mal so. Wir gehen einfach nochmal zurück. Ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Und, ähm, dann haben wir eigentlich alle Kombinationen ausprobiert, die mir gerade zur Verfügung stehen. Das ist grad echt ein wenig schniffig. Das ist grad echt ein wenig schniffig. Hm. Hm. Ich erforsche ein neues Digimon mit Namen Kyukimon. Ich muss Kotemon-TDNA von Kyukimon bekommen, warum er es jetzt? Dann weiß ich, wie Kotemon zur Kyukimon digitiert. Okay, das heißt, ich kann jetzt eine DDNA holen, das ist gut. Wir haben doch Fortschritt gemacht, yay! Oh mein Gott, ist das toll. Ich freue mich. Ich hoffe, der andere steht jetzt hier unten. Irgendwo, wo das auch immer gewesen sein mag. Also braucht ihr insgesamt Level 80? Oder ich war mit 56 zu niedrig und wir brauchen eigentlich ab 60. Und jetzt, dass es vielleicht von 60 bis 80 ging und dass das einfach jetzt sehr, sehr knapp doch gerade ist. Ja, solange mir jetzt keiner noch ein Level abkriegt, ist das okay. Oh, wo war denn der mit? Der war irgendwo auf einer Map mit der Bußseite stelle. Ich werde jetzt auch möglichst keine Erfahrungen zu bekommen, weil sonst habe ich die A-Karte gezogen, wenn ihr jetzt doch Kumimon wie aus dem Nichts auf einmal ein Level abkriegt. Na gut, den habe ich jetzt angesprochen, das ist okay. Aber den anderen brauche ich ja auch noch. Oder war das der für Kumamon, der Triagent? Ja gut. Ich denke, ich werde dann nach dem Kampf die Folge bänden. Ich werde dann nach dem Kampf die Folge bänden. Icewater laufen? Oh shit. Gut. Vielleicht habe ich mich auch verlesen und das war eigentlich der für Kumamon und deswegen sagte er, ah du hast Kumamon als Partner, sowas Schönes, das hätte ich auch gerne. Ich glaube nämlich das war ja, deswegen ging das auch nicht. Ich hoffe euch hat die erste Folge gefallen mit der Triagenten, dass wir jetzt auf Digimon gehen und ansonsten lasst den Fücheln nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Ein Fücheln nach unten, wenn nicht und Kommentare gerne, 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 gerne. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ich die anderen Digimon dann auch entsprechend ein bisschen hochleveln soll, ob ihr irgendwelche bestimmten Digitationen sehen wollt, was weiß ich. Ja, euch würde schon was einfallen, ihr seid kreativ. Also bis zum nächsten Mal, man redet sich bye-bye. Morgens halb 10 auf der Suche nach dem anderen Triagenten, der wahrscheinlich für Kumamon hat einen Weg atau den Filmmarkt geschlagen und das weet ich viel realidad. Bye-bye. And Style.